Beim letzten Mal waren wir beim Duke stehen geblieben, in Sicherheit. Nicht wahr? Ja, du machst einen Safe Room, ich find das nett. Kann man sich immer schön drin verstecken. Hab eigentlich so richtig gar keine Lust, Leute zu machen. War das der Duke? Ich hoffe, es war der Duke. Wo immer noch was ist. Genauso wie hier oben. Was ist da oben? Das zieht noch zu unten. Ich will das eigentlich haben. Irgendwas ist hier. Das Weinzimmer zieht nicht mit zu oben. Kann ja nur irgendwo oben sein. Irgendwas blinkert hier noch. So 2000 Lay? Ich würde schon gerne. Nicht wahr, Ethan? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Geil. Nee, nee, nee. Ich würde mir vorstellen, entweder es blinkert hier irgendwo oder ich bin halt wirklich komplett blind. Und es ist noch was auf dem Boden oder so. Oder die Uhr. Ach, Ethan. Ich mach das jetzt eigentlich auch nur, weil ich keinen Bock habe, weiterzugehen, weil... Hübsch ist. Alter, siehste. Scheiß Bild, Alter. Perfekt. Oh. Bitte nicht. Ich will aber nicht weitergehen. Ethan, hast du nicht noch irgendwas anderes zu suchen? Zu finden? Geht's nicht irgendwo anders weiter? Nee. Stimmt jetzt. Ah, nee, da komm ich ja. Daher hab's noch was. Aber das mach ich später. Gut. Ah, fuck, fuck, fuck. Aha, was ist das denn? Der Hofschlüssel. Hast du aber gut versteckt. Wo brauch ich den jetzt? Äh. Da. Hallo, Lady Dimitrescu. Sind sie zu Hause? Soll ich dich rumführen? Oh, nee. Ich wusste es. Meine Kehle ist so trocken. Verpiss dich. Ich bin hier sicher. Hier darfst du nicht rein. Ich wusste es. Du willst dich nur umsehen. Tu dir keinen Zwang an. Ja, ja. Du bist mir eine willkommene Abwechslung. Ah, ich will nicht. Ich weiß doch, dass ich Wasser kaufen könnte. Okay. Auf Wiedersehen. Ja, ja. Hab ich eigentlich was zum Heilen? Nein. Wo ist die blöde Kuh jetzt hin? Wartest du hier? Bestimmt. Ich hab sogar keinen Bock auf Stress mit ihr. Hier ist wieder alles zum Erkunden da. Alles rot. Ich find's super. Mach's doch wie in Resident Evil 2. Ihr zeigt, wo was fehlt. Checkt ihr auch an. Die Metallreste, die hatte ich glaube ich noch nicht, oder? Nee, hatte ich doch schon mal. Okay. Aber das Gute ist, bisher komme ich sehr gut damit klar und habe noch nichts verständet. Ich glaube hier geht's nicht weiter, oder? Ja. Oh, ich da Lady Dimitrescu's Schlüssel, ja. Schön. Ihr blinkert bestimmt auch irgendwo was. Ich glaube mein Kopfhörer ist voll. Aber ich bin mir sicher. Ich lass noch ein bisschen laden. Weil ich habe keinen Bock, dass das piep piep macht. Dass er das kommt dann immer andauernd. Ich habe keinen Bock da jetzt rein zu gehen. Oder geht's hier weiter? Nein, Ethan, was machst du denn? Nein, Ethan, was machst du denn? Ähm, wo war ich denn geblieben? Ach, ich würde gucken, ob es hier noch irgendwo ein Kristall gibt. Ist ja bestimmt hier wenn denn. Hä? Muss doch irgendwo der Kristall sein. Achso. Immer noch nicht alles. Okay, ich muss nach oben gucken. Da ist ein Vogelkäfiger. Und da ist dann meistens Geld drin. Damit man hier schön alles finden kann. Doch, ja, es ging ja nicht, man. Ethan, musst du doch nicht immer zu probieren. Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Wenn ich nichts finde, dann finde ich nichts. Achso, ich glaube, war eigentlich noch was in Bäumen oder so. Ich weiß es nicht mehr. Es ist schon so lange her, dass ich das gespielt habe. Letztes Jahr war das. Länger als ein Jahr ist das her. Aber ich kann mich nicht mehr an alles erinnern. Okay, egal. Es gibt später noch die Möglichkeit dazu. Aber will ich das später machen? Eigentlich nicht. Aber ich muss. Ich will es nicht später machen, weil es später wird vielleicht belastend werden. Warum ist denn hier nichts? Ich habe bestimmt das schon übersehen. Ach, Ethan, warum kannst du nicht einmal schwarz sein? Wo ist denn hier noch was? Hier muss doch noch irgendwo was sein. WTF, sonst wäre das nicht markiert. Ist die Küche. Wie lange noch alles ruhig ist. Doch, super. Eigentlich ist es ja wie beim anderen finden. Aber das ist bestimmt wieder so ein blinke Ding. Oder es ist die Tür. Ich weiß es nicht. Vielleicht die Tür. Hier ist es aber auch nicht. Als Tür. Oder zählt das hier noch mit dazu? Kannst du mir nicht vorstellen. Hier ist auch zu. Da ist auch was. Naja, komm. Dann ist hier eben nichts mehr. Doch beim Tor hier. Aber schon groß hier. Ja, ich gehe ja schon. Ich werde hier nicht weitergehen, weil ich Schiss habe. Scheißeruhr, spiele Ethan. Zählt doch nicht dazu. Mann, wo habe ich denn hier was vergessen? Es ist doch hier. Hat sie das doch als Lücel. Naja, Scheiß drauf. Lady D, sind sie da? Lady D. Ich weiß nur, das war immer ekelhaft, als sie dich verfolgt hat. Boah. Aber wann kommt das mit dem Verfolgen? Ich habe keine Ahnung. Hör sie nur. Ich kann sie nicht leiden. Was hast du mit meiner Tochter gemacht? Ich? Ich habe nichts gemacht. Aber sie selber. Oh Gott. Warte, der Schloss ist. Nice. Nichts. Okay. 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 Immer noch nicht alles. Okay. Ach, Ethan. Wirst du alles hinten oder nicht? Ja, war das nice. Ach, Scheiße. Jetzt ist sie, glaube ich, wütend. Jetzt kommt das die ekelhafte Stelle, glaube ich. Ich will nicht. Lassen Sie mich schon Ruhe. Okay. E-Fan, warum? Hm, lecker Blut. Okay, ich glaube, wir müssen die Rätsel lösen. Die Frauen sind blind für die Erwachsenen der Männer, während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihren Herren die Früchte ihrer Arbeit überreichen, dass schon bald der Wein fließen möge. Okay. Warte mal, was? Frauen sind blind für die Erwachsenen der Männer. Du darfst nicht zu den Männern gucken. Oder? Kannst du Pferd gucken? Nein. Wird die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen? Der Herr ist, glaube ich, das da drüben. Ja. Gut. E-Fan, was machst du denn? Oh, ich wollte schon sagen. Wird ja jetzt nicht reinfallen. Aber die Icina kommt doch gleich, oder? Weil hier kann ich überall nicht hin. Ach, E-Fan, warum muss ich denn jetzt hier runtergehen? Ich habe Schiss. Das Spiel ist so gemein. Aber ich würde es echt gerne lange hinaus zögernd. Boah, ich glaube, das ist hier. Ah, eine Ziege. Die macht mich, glaube ich, stärker, oder so. Wer nicht durchs Blutbad. Och, Mann. Ein Riesenraum. Viel zu erkunden. Oder ist das... was anderes. Oh, nee. Ich sehe schon. Wird hier verfolgt werden. Da steht ein Schrank. Da ist was im Wasser. Ach, warum gibt es denn hier so viel Muni? Ich möchte nicht kämpfen. Ach Gott, Alter. Braut hat er dabei gehabt. Und wo? Von hier? So. Gut. Aber das ist auch geklärt. Ja, bekommen ein zerschwendet, da ich meine Waffe verbessert hatte. Finde ich gut. Immer schön vorsichtig mit der Muni umgehen. Dann passt das auch. Ach so, hier war das mit dem Zumachen. Schön. Lassen Sie es. Ich möchte nichts kaufen. Hier ist Schutz und die sind down. Der Flint, der extra Muni noch aufgespart. Hier drinnen habe ich immer noch nicht alles gefunden. Geil. Okay. Perfekt. Ach. Ach Gott, Alter. Dass ich die Schäte bekomme, ist super, weil ich kann die verkaufen. Dann kriege ich fettes Geheizt-Lust. Wie viele wollen eigentlich noch kommen? Warum habe ich eigentlich daneben geschossen? Und warum kann der da durchgehen? Komm her. Der Pet-Shot sind am effektivsten. Haben wir jetzt alle ihren Spaß gehabt, ja? Ah, Piss die Muni ist langsam. Alle. Aber alle ist super. Dass ich auch so viele Sachen finde, finde ich auch gut. Immer noch hier alles Menschen-Skillers. Sachen sind gut. Viele Sachen sind gut. Da ist ein Monster. Oder auch nicht. Ifen, pass auf. Was? Sag mal. Ach, Alter. Hässliche, Alter. Wie schwach ist eigentlich meine Plinte. Nicht mal One-Shot. Traurig, traurig. Oh. Nett, nett. Acht Flintenschüsse noch. So, wie viel Leih haben wir denn jetzt? 5000. Das ist gut. Ein interessanter Aufzug. Schön. Was haben wir hier? Ein Krautsalat. Lecker. Lecker, lecker, lecker. Hallo? Ein Speicherraum. Der kommt gerade zum rechten Zeitpunkt. Da liegt auch Geld drin. Danke, Frau Dimitrescu, dass Sie mir hier Geld hier lassen. Die speichern darf, ja. In der nächsten Folge erkunde ich das Schloss weiter. Und dann finde ich hoffentlich Alcina, Dimitrescu und Rose. Ja, die zwei Rose auf jeden Fall. Aber Alcina würde ich gerne nicht finden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ciao.